ich will mich eigentlich schnellstmöglichst aus dem staub machen ein bisschen loot was ich habe lag da ein toter aufgemalt hier fand ein mord statt und ich will mich nicht mehr so schnellstmöglichst aus dem taub machen Haben sie eigentlich den Sniper Scaf da oben wegrationalisiert am Felsen? Sidolin Streifenfrei Sieh, 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 Sieh! 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 Sieh, 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 Sieh! Was schießt denn hier? Was ist der Sniper von da oben oder was? Was ist das? 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 Es kann also sein, dass er uns hinterher kommt. Wir könnten uns ins Gebüsch hocken, fies und hinterhältig und ihn eiskalt erschießen, Also versuchen jedenfalls, geht ja meistens nach hinten los bei mir. Wir haben auch noch ein kleines Käffi, der uns hier vorne als menschliche Alarmanlage dient. Ich will ihn eigentlich nicht erschießen, so fröhlich beim Hin- und Herrennen. Was war denn das? Wenn man ganz leise ist, sehen sie dich nicht. Oh. Steht am LKW. Holden. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist eigentlich jetzt schon eine fiese Aktion, aber ich mag es nicht, wenn jemand hinterm herrennt. Falls das so ist, wie ich es vermute. Muss ja nicht sein. Woanders weiß ich nicht, was er da wollte. Er hat dort gesessen wie ein scheues Kaninchen. Das ist ein scheues Kaninchen. Dann habe ich verfehlt, oder? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Habe ich vorhin eigentlich ein oder zwei erschossen? Ich glaube nur einen. Dann dürfte ich den jetzt erwischt haben. Er hat sich auch nicht beschwert, dass jemand kommt. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay... Hier liegen sie auch wie gesiebt. Oh... Junge, ich komme in Versuchung. Die Moor sind ja auch nicht schlecht. Man, müssen die ja auch so viel gutes Zeug drin liegen haben. Wie ihr die Preise aus dem Kopf kennt, alter der Wahnsinn. Ihr habt das Spiel doch mit der Muttermilch aufgesaugt. Das bringt, glaube ich, auch Geld. Und jetzt... Ah, ja kein Bock. Okay... ... ... ... Es gibt fünf bis sechs Slots. Ja, aber ich hatte jetzt keine Mauke. Ich hatte keinen Nerv mehr. Ich bin schon komplett am Ende. So... Ich will nur noch raus, raus, raus. ... 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 kommen usb sticks zwei stück mindestens so вы стебе snatch So, naja, Feigling. Ja, ich kann es nicht abstreiten. Aber lieber Feige raus als Heldenhaft mit den Füßen heran.